Wie lebt sich das Hoch in den Bergen während der kältesten Jahreszeit? Ein schönes Heiko. Vier SAC-Hütten kämpfen sich durch die harte Wintersaison. Wir haben eine ganz klare Aufgabenteilung. Zwischen der Hoffnung... Das Wetter muss nur stimmen. ...und Bange. Es tut weh, wenn man die Hütte verliert. Das ist mega krass. Die neue Staffel Winterhütten-Geschichten ab dem Freitag vollverbrachte SRF 1. Abonnieren Sie durch und sieben.